so leute da sind wir beim nächsten deck ich noch mal wieder selber eins das ist schon länger her dass ich selber necktack gemacht habe ich weiß ich weiß ich weiß aber die jungs machen ihren job so gut darin euch ihre decks vorzustellen da habe ich ja keine zeit mehr meine eigenen decks vorzustellen seiner seite habe ich jetzt ein deck vollständig fertig gemacht was jetzt auch schon ein paar mal in gameplays gesehen habt und ich dachte mir ich zeige euch das mal und zwar usa stompi wir haben mit usa stompi ein deck was erstmal eine menge basics spielt das sind einfach mal sechs basic islands macht euch keine sorgen das deck ist trotzdem unendlich teuer auch wenn wir keine duels spielen macht euch keine hoffnung denn wir spielen noch zusätzlich vier sitz der sinoden sitz ein artefakt land ja usa ist ja bekannt dafür mit artefakten rum zu spielen und wir spielen hier drin auch karen und das ist halt artefakte und artefakte sind halt cool deswegen haben wir artefakt länder hier drin ich bin das ganz cool dass wir die endlich noch mal spielen ich habe die ewigkeit nicht mehr gespielt dann haben wir zwei coven of souls wir spielen eine menge humans wir spielen eine menge mehrfolgs wir spielen eine menge artefakter aber wir spielen nur zwei davon weil wir spielen einfach zu viele kreaturen typen so dann kommen wir zu zwei city of traitors city of trader das so land was geopfert wird wenn man ein weiteres land spielt macht dafür halt zwei mana was halt immens gut ist genauso halt noch mal vier ancient toms and toms bleiben im spiel und ja machen uns auch zwei mana aber auch zwei schaden der bleibt nicht hängen egal das sind unsere sechs soul lanes vier artefaktländer zwei karven und sechs inseln das sind nicht viele länder aber das passt schon deshalb würde ich sagen geben wir mal weiter und wir gehen weiter zu den kreaturen und zwar habe ich ja schon angekündigt wir spielen usa und zwar lord high artificer wie gesagt human artefakter spielen wir eine menge oder artificer vier mana 1 4 und wenn er ins spiel kommt kriegen wir einen 0 0 colorless construct spielstein der halt sagt für jedes artefakt kriegt er plus 1 1 meistens das und 10 10er sind wir real das ist so ein 10 10er super super cooles teil und dafür kann man auch artefakte tappen für ein blaues also könnt ihr auch andere dinge dann einfach tappen für ein blaues das kommt manchmal richtig richtig handy und für fünf mana könnt ihr euer deck mischen ihr könnt die oberste karte des decks exilen und ihr könnt sie spielen ohne ihre manakunsten bezahlen wichtig hier steht play und nicht cast bedeutet wir können auch länder spielen länder damit aufzudecken tut immer immer weh ansonsten kann der 0 0 beta auch ein win option sein dass wir den gegner kaputt schlagen und ich muss halt sagen wenn diese karte aus modern horizon 1 nicht power creep schreit weiß ich auch nicht das andere set was notorisch war für power creep ist throne of a drain da spielen wir vier mal embry lirker of the loch drei mana 1 2 und der kostet ein mana weniger für das artefakt was wir kontrollieren und wenn er ins spielfeld kommt gucken wir uns die ersten vier karten unseres decks an und legen sie danach in den friedhof hammer und wir können dann tappen ein artefakt aus dem friedhof wählen und das cast in dieser runde das ist besonders gut einfach wenn wir mal ein artefakt noch mal benutzen wollen oder eben um artefakt in friedhof zu kommen oder wenn die top vier karten einfach kacke sind können wir die einfach damit weg ballern das ist schon ganz cool und emry ist auch tatsächlich eine der stärkeren karten in diesem deck auch wenn sie sehr unscheinbar aussieht genauso unscheinbar sieht hat meine überleitung heute der sei master top the wrist aus drei mana 1 4 human artefaktor übrigens wie haben wir einen mehrfolg wizard das ist ein human artifice oder artefaktor wie ihr das mal sagen wollt sei master top the wrist ist ein drei mana 1 4er der sagt immer wenn ihr einen fakt zauber spielt also wirklich ein zauber nicht das land dann kriegt ihr noch einen 1 1 farblosen top das heißt der kann eine menge flieger generieren und theoretisch kann er für zwei mana zwei artefaktor opfern um eine karte zu ziehen das macht man eigentlich nicht das habe ich bisher glaube ich ein einziges mal gemacht und eigentlich ist er nur dafür da um noch top da zu machen zum blocken zum angreifen oder eben um aus jedem artefakt plus zwei plus zwei für den token von dem guten ursa zu machen sehr sehr cool und dann haben wir noch ich glaube die neueste adaption dieses decks dreimal den halbreecher warum nur dreimal normalerweise spielt man die aktuellen listen den viermal werdet ihr gleich sehen halbreechers in drei mana 3 2er mit flash und wenn er geht eine karte ziehen würde außer die eine die er in seinem drawstep zieht bekommt ihr ein treasure dafür dieser treasure hat tappen für addenden farbloses und es ist ein artefakt was halt sehr sehr cool ist weil das auch das wieder mit ursa korrespondiert plus wir halten jeden auf den abkarten zu ziehen plus wir können einfach naja das spiel relativ schnell rumreißen und der ist auch teil einer kombo einer lockdown kombo zu der wir später noch kommen so dann haben wir die kreaturen durch das war alles an kreaturen was wir spielen kommen wir zu den zu dem was am nächsten an kreaturen rankommt und zwar planeswalker da spiele ich nämlich eine nasad petter of vailes früher hat man davon wesentlich mehr gespielt jetzt spielen die meisten nur noch halbreecher ich finde einen drei eins blitz ziemlich ziemlich gut der nachteil den nasad hat ist man braucht zwei blaue das ist manchmal schwierig zu machen runde zwei oder auch runde eins das ist mit dem halbreecher einfacher auf der anderen seite ist nasad eben ein planeswalker der nicht von einem mass removal wie terminus oder ähnlichem getroffen wird was sehr sehr angenehm ist und jeder spieler kann nur eine karte brunde ziehen heißt einfach die beiden kommen sich nicht in den weg also zumindest in unserem zug kommen sie sich nicht im weg im gegner zug kommen die sicher in den weg aber das ist was anderes so wir haben mit nasad einen drei manner planeswalker mit fünf marken reinkommt minus zwei wir gucken uns die obersten vier karten unsere stacks an nehmen eine nicht kreaturen nicht landkarte davon auf die hand und den rest legen wir in bliebige reinfolge in random order unter stack wir haben wie ihr gesehen habt ein paar länder so knapp 20 stück oder 18 stück wir haben gar nicht mal so viele kreaturen vielleicht so zwölf das heißt die hälfte unserer stacks kann nasad suchen das ist ziemlich stark plus sie ist eben auch teil dieser win condition diesem lockdown plan den ich gerade eben schon erwähnt habt der kommt eben später dann natürlich es geht um artefakte der lord der artefakte ist unter anderem khan neben ursa und mischra khan der great creator vier manner artefakte vom gegner haben keine aktivierten fähigkeiten mehr kommt mit fünf marken rein plus eins wir können ein nicht kreaturen artefakt zu einem kreaturen artefakt werden lassen mit stärke und wieder schon als kraft leicht der manner kosten damit kann man gegnerische artefaktländer zum beispiel zu null nuller machen die dann sterben so oder man kann die gegner einfach einen chalice zu null machen oder andere sachen das ist ganz cool aber was viel cooler ist für minus zwei können wir ein artefakt was wir kontrollieren außerhalb des spiels oder im exile auf die hand nehmen und was da man damit alles machen kann wisst ihr vielleicht schon wenn nicht kommen wir nachher im sideboard guide da drauf das sind alle planeswalker wir haben auch das eine lockdown combo generell ist dieses deck sehr kontrolllastig auch wenn es nicht so aussieht und deswegen feiere ich das deck auch so hart dann kommen wir zu den artefakten wir spielen unendlich viele artefakte also wirklich 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 viele artefakte wodurch uns zum beispiel ein gegnerischer khan ziemlich nervt kann ich euch jetzt schon spoilern deshalb kommen wir mal drauf zu sprechen was für artefakte wir spielen wir spielen weil wir eh soullands spielen ein chalice of the void beziehungsweise vier stück davon ist ein doppel x also für zwei mana kommt er mit einer ladungsmarke ins spiel für vier mana kommt er mit zwei ladungsmarken ins spiel und auf drei waren wir den nicht setzen und immer wenn ein spieler einen zauber castet mit mana kosten gleich der ladungsmarken auf diesem chalice of the void dann wird der spell gekontert das heißt wenn du ihn auf eins setzt werden alle spells gekontert die einen mana kosten falls es euch bisher noch nicht aufgefallen ist wir haben nichts was einen mana kostet dementsprechend ist das einfach eine free card unserem deck plus lustiger side fact wenn ihr zum beispiel den ursa draußen habt könnt ihr euren chalice für ein blaues mana tappen das ist ganz witzig dann haben wir die ursa's bubble weil wir wohl ursa haben müssen wir auch ursa's bubble spielen ich spiele vier ursa's bubble eine karte aus ice edge wunderschön null mana defakt tappen und ihr sucht eine karte random karte von der gegner hand aus die dürft ihr sehen das muss man ignorieren wenn der gegner keine handkarten hat und zum nächsten abgib des nächsten abgibs so ist es richtig ziehen wir eine karte vom nächsten zug also wenn wir es in unserem zug benutzen im abgib vom gegner das vergisst man ganz ganz gerne dass die ursa's bubble und weil vier bubble nicht reichen spielen wir noch ein zwei zwei sogar zwei mischras bubble dabei mischras bubble lässt uns die oberste deck karte vom gegner deck anschauen hat danach auch den effekt dass wir eine zusätzliche karte ziehen können das bedeutet wir haben hier ein bisschen eine card draw das heißt wir können manchmal zwei drei karten ziehen pro runde und was halt auch wichtig ist auch eine coole interaktion mit emri könnt ihr jede runde einfach eine bubble wiederholen indem ihr sie tappt und sagt ich möchte die emri die mischrasse bubble gerne casten kaste die bubble targete dich und dann hat man praktisch pro runde zwei karten die man zieht was sehr sehr mächtig ist zwei card draws wissen wir alle das kann decks nach vorne treiben dann müssen wir das ganze mana irgendwie organisieren deswegen spielen wir drei lotus petal null mana defakt tappen opfern man kriegt mana beliebiger farbe muss ich nicht viel zu sagen kann man halt turn eins mal so ein emri raushauen oder auch einfach nur einen high breacher oder ähnliches deswegen ist das lotus petal hier auch sehr sehr wichtig dann meine neueste errungenschaft und ich hasse sie und sie ist kacke und sie ist unendlich teuer aber sie ist so wichtig für dieses deck und für viele andere decks die ihr den nächsten deck deck sehen werdet auch moxopal kann mir jemand bitte erklären mal ganz kurz in den kommentaren warum das ding immer noch so teuer ist es ist im modern gebannt es spielt kaum einer im commander es ist sonst nirgends mehr legal außer im legacy und im vintage und im vintage wieder nicht gespielt warum ist der so teuer dass der hat fünf oder sechs reprints leute leute echt mal da reg ich mich immer noch drüber auf wir haben mit moxopal ein null mana defakt was sagt wir können etappen für mana beliebiger farbe können wir aber nur machen wenn wir drei oder mehr der fakte kontrollieren interessant er zählt sich selber mit das heißt mit ihm brauchen wir nur zwei andere fakte das heißt so mit schwarz bubble und ein artefakt land und schon haben wir hier zwei mana in der ersten runde auch mit ist ganz nett als mox und wenn wir schon das nächstbeste zu moxen spielen müssen auch das nächstbeste zum black lotus spielen und zwar lion's eye diamond ist ein null mana defakt könnt ihr opfern und eure hand abwerfen und danach bekommt ihr drei mana beliebiger farbe in dem fall meistens blau sorgt dafür dass ihr den spell nicht mehr kasten könnt aber was ihr machen könnt ist ihr könnt karen aktivieren ihr könnt was aus eurem sideboard holen und könnt als reaktion darauf den lion's eye diamond benutzen um die drei mana zu haben für das was ihr holt oder was jetzt eben kommt deswegen das kommt jetzt noch zum 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 rest wir spielen auch vier echo of eons side fact echo of eons ist eine art neu mache der reserved list es gab es ja schon öfter mal mit irgendwelchen aussetzen karten oder anderen sachen die dann ein astral recall oder sowas drin hatten was dann astral vision heißt echo of eons ist tatsächlich ein zauber der für drei mana jeder spieler mischt seine hand und seinen friedhof in sein neck und zieht sieben karten ja da oben steht sechs mana eigentlich ist der für drei mana weil lion's side damit macht genau drei mana das heißt ihr könnt das knacken denen friedhof werfen und aus dem friedhof heraus casten wer mir sagen kann wie das hier im vintage heißt mit black lotus plus bitte meine kommentare es würde mich mal interessieren wer die alten sachen so kennt kennen wahrscheinlich ein paar leute die sie kennen aber ja vintage ist ja nicht so nicht so bekannt nicht so beliebt das ist die kombo mit echo dass wir spielen können und natürlich wenn ihr es jetzt noch auf dem reacher oder auch die nas set sorgen dafür dass wir zwar sieben karten ziehen unser gegner aber nicht das ist ziemlich ziemlich gut und kann eben auch mal turn eins oder turn zwei kommen wir können theoretisch mit moxopar lion's eye diamond und einem soul land und noch irgendeinem anderen artefakt plus diese beiden karten auf der hand dafür sorgen dass der gegner in der ersten runde keine hand mehr hat und wir den plus eine menge länder plus eine menge artefakte plus eine menge mana plus wir ziehen ja noch mal sieben karten das ist die kombo dieses deck machen kann ansonsten ist es so vom mainboard erst mal gucken wir uns das sideboard an im sideboard spiele ich ein bisschen unkonventional sage ich mal ich habe ein karakas karakas ein weißes land tappen man bringt eine legendary creature auf die hand wir spielen eine menge legendary creatures die wir damit beschützen können aber wir können damit auch nervige legendary creatures vom gegner loswerden wie zum beispiel ein dark dabs was wir nicht loswerden also der marit lage aus dem dark dabs oder im rakul krisselbrand also was kennt man karakas einem erlebningskarten ich gehe ganz selten ohne das teil im sideboard aus dem haus dementsprechend ist das auch hier drin dann spielen die meisten in diesem sideboard force of will ich mag force of will in diesem deck nicht weil man hat nicht so viele blaue karten ihr habt gesehen die hälfte unseres decksten artefakte und ich mag das nicht dementsprechend spiele ich lieber etwas was auch unsere combo beschützt und zwar ziemlich gut und zwar drei defense grids defense grids während jedes spielers turn also dem zug von jedem spieler kosten spells die ein anderer spieler spielen möchte drei mana mehr das heißt die counter magic vom gegner kostet mindestens drei mana während wir ungestört unsere null mana artefakte legen können finde ich in diesem deck sehr sehr cool wenn wir dann doch mal gegen ein deck spielen müssen wo wir kontern müssen haben wir zwei fluster storm fluster storm ein mana counter target insulin sorcery also wir können damit einfach die insulin sorcery kontern mit seiner bärscher zeit ein mana mehr aber mit storm das bedeutet wenn der getner einfach so drei vier spell schon gespielt hat kostet das ding halt drei vier fünf mana und das ein einzelner trigger das bedeutet der getner kann nicht einfach mit einem gegen konter gegen dieses teil mit kontern und diesen spell können wir durch die chalice of the void casten wir spielen den original spell der original spell wird gekontert und trotzdem haben wir noch die storm spells die auf dem stack resolven weil wir casten diese karten nicht sondern sie erscheinen auf dem stack super super coole interaktion gerade mit dem chalice of the void deswegen fluster storm in diesem deck sehr sehr cool könnte man vielleicht sogar überlegen mehr davon zu spielen wovon ich auch überlege mehr zu spielen sind ravenform ravenform ist glaube ich doch die neueste interaktion ravenform ist ein drei mana sorcery wir exilen artefakt oder kreatur der beherrscher bekriegt ein 1 1 fliegenden bird und mit fortale das heißt wir können die karte für zwei mana rauslegen und dann irgendwann für ein blaues mana casten als sorcery bisschen schwächer weil es halt nicht instant ist gegen marit lage aber an versich eine sehr sehr coole karte einfach weil sie auch artefakte rausnimmt das heißt wir können damit chalice rausnehmen wir können damit bridge einzelnen bridges rausnehmen wir können damit eben aber auch kreaturen rausnehmen die uns nerven wie zum beispiel marit lage fliegende kreaturen oder eben auch dieser peste collector ufs ganz schlimme karte und auch hier ein grund warum wir die für ein mana spielen können ist durch die chalice weil die kosten davon sind auch hier drei mana ihr seht schon das deck ist sehr sehr stark um die chalice aufgebaut und passt da auch ganz gut so der rest vom sideboard ist wishboard das bedeutet wir das ist alles womit wir arbeiten im sideboarding alle anderen karten die wir haben sind für khan und dementsprechend haben wir ein null mana torment script tappen opfern alle karten aus einem friedhof unserer wahl werden ins spiel geschickt da bin ich die ganze zeit überlegen ob es dafür nicht was cooleres gibt aber bisher hat sich torment script sehr groß bewährt dann haben wir eine ensnaling bridge ensnaling bridge gegen aggressive decks diese sagt für drei mana eben auch hier mit dem lion's eye diamond die nette interaktion wir plussen khan nutzen lions eye diamond holen die ensnaling bridge können die ensnaling bridge spielen haben keine handkarten denn diese karte sagt für kreaturen mit stärke höher gleich der anzahl an handkarten die ein spiel wir kontrollieren können ich angreifen mit dem lions eye diamond sind es null und damit sind wir gegen aggressive decks relativ safe gut dann haben wir noch eine walking ballista walking ballista ist der fall dass wir zwischenzeitlich auch mal gerade mit diesen ganzen treasure tokens die uns der high breacher macht und hin und wieder mal so ein paar artefakten die wir rumliegen haben sehr sehr viel mana machen können und damit müssen wir natürlich auch irgendwie gewinnen und die walking ballista ist noch eine zusätzliche win option die wir haben damit wir den gegnern einfach totschießen können sie ist für doppel x eine 0 0 kreatur die mit x plus 1 zu 1 marken ins spiel kommt wir können eine plus 1 zu 1 marke runternehmen und einen schaden schießen oder für vier mana eine marke drauflegen wenn wir mal so 40 mana haben das ist gar nicht so unwahrscheinlich können wir einfach holen können sie spielen im jeter für 20 ins gesicht schießen ist dabei ganz cool so dann haben wir noch ein sorcery spyglass zweimal eine artefakt das besagt wenn es ins spielfeld kommt gucken wir die hand vom gegner an und dann suchen wir uns einen namen von einer karte aus aktivierte fähigkeiten von karten mit diesem namen können nicht aktiviert werden es sein das sind mana abilities das bedeutet wir können damit gegnerische planeswalker gegnerische länder oder gegnerische kreaturen oder artefakte und verzauberung alles ausschalten aktivierte fähigkeiten halt ist ziemlich cool vor allem weil wir die hand vom gegner sehen ich habe damit schon so viele fettstände auch angesagt das ist wahnsinnig gut und eben auch artefakte wichtig wenn wir damit zum beispiel kann der great creator und sagen ist unserer auch ausgeschaltet dementsprechend muss man hier ein bisschen aufpassen gerade in den bestimmten matchups dann haben wir einfach noch ein lines i da mit dem sideboard auch hier für den khan weil wir manchmal einfach das problem haben dass ins mana fehlt oder wir eben in der vierten runde khan droppen können oder auch in der dritten runde und ein echo of ins auf der hand haben dies aber nicht aktivieren können dann können wir einfach mit dem khan des lion's side diamonds suchen können das lion's side diamonds spielen knacken unsere hand abwerfen und dann eben echoes spielen sehr sehr cool und das ist der lock den habt ihr wahrscheinlich erwartet sechs mana my cousin flativ alle karten sind zusätzlich im spielfeld sind also alle permanenten sind zusätzlich artefakte alle karten die nicht im spiel sind spells sind permanente sind farblos also wirklich wirklich cool alle karten im friedhof sind farblos auf der hand sind farblos zauber auf dem sexen farblos und generell sind auch die permanente farblos wichtig weil der gegner dann kein force of will force of vigor oder ähnliches mehr benutzen kann und spieler können mana bezahlen beliebiger farbe was ziemlich krank ist weil man kann dann halt für vier mana bliebig mana einfach mal einen force spielen also force of vigor und hat damit keine mana beschränkung mehr viel wichtiger alles ist ein artefakt khan sagt selber artefakte können nicht mehr aktiviert werden das bedeutet der regner kann einfach mit seinen ländern keinen mana mehr machen dieser lock führt meistens dazu dass die meisten schon aufgeben gerade wenn man eine stärkere board präsenz hat oder eben danach kurz mal das board räumt das ist aber kein hundertprozentiger sieg dementsprechend auch hier nur eine art von lock und eben keine win condition so kommen wir noch ganz kurz zum deck talk und dann seid ihr auch schnell löst so der deck talk ja wann sollte man dieses deck spielen schwierig zu sagen tatsächlich ich mag dieses deck einfach weil es volle artefakte ist es ist blau es hat so 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 viele synergy points durch lockdowns wie zum beispiel line side diamond egg of indians allein das hat mich schon hart geflasht dazu daneben highblazer und naset die einfach das ding zu einer richtig krassen kombo machen wir haben andere lock pieces wie cellis wir haben lock pieces wie die mykosumpf sachen wir dürfen für mich nostalgische karten wie zum beispiel seed of the synod oder moxopal spielen die ich damals schon in casual decks gespielt habe mich immer gefragt habe so warum spielt die eigentlich niemand auf turnieren dann ist mir gefallen so deshalb spielt hier niemand auf turnieren also zumindest die länder nicht moxopal hat man bis vor kurzem ja eine menge gespielt und man hat eben auch so synergies wie zum beispiel cellis of the void mit fluster storm so kleine gedankengänge die in diesem deck drin sind die einfach in kombination sehr gut sind auch einfach mit dem kahn des lines of diamond aus dem sideboard zu suchen oder 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 dieses deck hat einfach unendlich viel lock und unendlich viele coole interaktionen die echt spaß machen einem selber ich muss euch warnen dieses deck macht dem gegner keinen spaß weil der gegner hat irgendwann keine hand mehr darf nichts mehr casten ihr müsst schauen dass ihr irgendwann mal einen kahn bekommt um mana zu bekommen und ursa zu bekommen damit ihr den gegner kaputt rennt oder 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 das dauert alles und hin und wieder mal wie ihr auch schon in gameplays gesehen habt bricht dieses deck einfach zu sich selber manchmal habt ihr auch einfach ein toll 1 skill ohne frage und es ist halt ein ursa stormy deck auch wenn hier gerade ursa nicht liegt ursa ist so eine der klebekarten für dieses deck und ich muss sagen ich mag das deck ich finde es cool ich bin froh es endlich zu haben und damit ein bisschen spielen zu können auch wenn die karte einfach unendlich teuer war und also für mich unendlich teuer ja ich meine hier liegt nein side diamond aber ich finde den moxopar einfach unverschämt teuer ja ansonsten wenn ihr fragen zum deck habt schreibt mir unten in die kommentare ich werde euch auch die deckliste unten wieder posten wie immer und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin neuer blexit ciao und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020